Drei Harry Potter Bauhacks in Minecraft Ihr könnt die Harry Potter Musik in Minecraft einfach nachbauen und abspielen. Dazu brauchen wir eine lange Schlange aus Wolle und Glas. Jetzt platziert ihr Verstärker und Notenblöcke. Diese stellt ihr dann richtig ein. Hier ist eine Map dazu. Und let's go! Jetzt kommt ein Quidditch-Spieler. Ihr müsst einfach einen Rüstungsständer anziehen, einen kleinen Besen dazu und fertig. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr wirklich zaubern könnt. Fügt einfach diesen Command in einen Command-Block ein. Und mit eurem Zauberstab könnt ihr nun zaubern. Wingardium Liviosa!